es gibt es ja nicht ich bin überfahren so tot jahre hat einen feindlichen Sniper gesichtet keine Ahnung Marc der ist ja seit dem Moment wieder weggesprungen nicht kommen ich würde ich mir abgabend ja ja äh wohin soll man zu gehen ähm lass mal zu D ja, Brücke ist gut wow warte mal ich kann den reparieren ja 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 ich komm und ich muss noch meinen ist so flammend lolla ist ein feindlicher Heli what unten durchgeflogen wozu geil ist der hin auch da hinten oder fliegt weg alles klar Leute ich hab ihn getötet aber äh schade okay wir wissen nie wo wir hin sollen gesichtet Hier oben ist ein Tank, hier könntest du rappen Unterm Zug ist einer LOL Ich stehe alle so bindet auf dem Zug drauf von der Karpice von hier nicht Der Gegenteil Tanks gespawnt Ja Oh fuck da ist gar Das gibt's doch gar nicht man jetzt so in dem Moment spawnt hier da einer drin so ein Häuser sich auch noch drüber ey Nein 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 Ich habe noch einen Schuss hier Drinne ey Ich stell mal so flammig mal unauffällig hin Boah ihr f*** euch ey ihr f*** euch Da oben ist so.. so die vollidioten ihre lampe nicht ausschalten können die ich hinlegen so headshot boom headshot das habe ich alle punkten nicht mit einnehmen können boah das gibt es ja gar nicht immer ich werde nur von dem kong schuh getötet das ist der erste und der zweiter und jetzt gespawnt gehe ich habe da gedrückt der panzer nein so ist braun aber eh ok ich sicher lieber e ist gerade ein C4-Motor-Telefon lololol ah kommt wieder ein LAP Achtung wir haben das Einsatz hier neutralisiert um K BAM hab ich ihn getötet Uh, da wollte gerade ein Heli LOL wa, was war das? Das ist für die Scheiß ich mach C4 an den Tank dran hab keinen Bock weg zu rennen drück einfach ich eliminiere mich selber aber der Tank stirbt nicht aha das Spiel ist auch ein bisschen verpackt hm hm ah, wie war denn da? hat nen feindlichen Zeitwein in dem Gebietgewicht bedobert Alter, jetzt geh mir nicht auf die Eier hier Alter, jetzt geh mir nicht auf die Eier hier Boah einfach mal reingeschossen dann lagert er Oh, fuck, ADA Oh, FOC Oh, LED das wirst du LID-WеIRT oh, LED das gibt es nicht alorsDale étaient �holdser auch tief ja, schön Empfangchen aus war ich nicht zu〝 wenn er zu ihm wieder ersch lessen〝 ich habe er allerdings zu mir gehört ausgestattet wird alter der Typ war so mega weit weg okay für mich mega weiter älter da da und ich hab's auf Video das auf Video die Konrad alle Leute gehen bei der Hammer geil was wohin zu TG also müssen sehr laufend Schienen angefahren die Fäden auch erstmals einen anderen Punkt oder so na ich freu mich auch noch da ich den Heli Typen ausgesnipert hab das gibt's nicht ich fahr mit meinem C4 Motorrad dahin gell ich seh so einen will ihn umfahren klappt natürlich nicht weil ich zu langsam war klappt natürlich nicht das ist ich steh ein bisschen wie bin ich da so schnell down ähm die Eier krieg hier kann ich da mal ein MAD mal hinstellen oh ne Moment boah ich hab die Idee ich stell's hier hin das auf die Straße guckt wir haben das Einsatzziel verloren so boah wie du mit einem Schuss von dieser scheiß Dinger down bist tropsch bei Mainz 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 nein natürlich nicht Mainz sind sie doch bei G ach ich hab den feindlichen Helikopter in eurem Bereich gesehen in eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper Achtung in eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper und mit äußerster Vorsicht weiter boah wie ich hier gerade Punkte bekommen hab für das komische so flammes da steht Vorsicht ich hab nen feindlichen Scharfschutzgesicht bei E bei E sind gerade alle ja ich sehe ich gerade bei E wie oder E ja bei E sind gerade bei E ich gehst grad zu B nach vorne boah und jetzt auch wenn du diese Baumstümpfe sie schnell denkst du das sind welche Typen dann guckschön dann ist doch keiner boah dann liegt er da mit seinem fetten MG und zwei auf der Treppe auf der Treppe ich hab ja wohl viel Skill bei ich schnapp mir jetzt hier mal das Motorrad boah Aufklärer QB88 habe ich das ist ja die Waffe die ich schon immer mal haben wollte so hier ist Tropship IFV ich schnapp mich ich schnapp mich ich schnapp mich boah Scheiße da ich dir der Hitzerfolger gesniped aber in der Zeit habe ich nicht gemerkt wie da 5.000 Leute mit der Motorräder dann zu mir gefahren sind wir haben ein feindlichen MG-Schutz auf dem Gebiet des Seins Egal Herr Bock hm ne ich spau mal bei dir gell ich schau mal bei eh ekelhaft ist das Achtung in eurem Gebiet ist ein feindlicher MG-Schütze rück mit äußerster Vorsicht weiter vor ich pack da oben an so Flamme wieder hin okay du du boah ich hab die scheiß ich geh nicht die scheiß aber ich hab die amerikanische Nationalhymne gerade voll als Ohrwurm boah Ziel markiert 10 ich markiere da und Ziele oh ich seh nur keins von den Zielen ja das Einsatzziel ist der oberste und wir können zurück zur Basis okay zum Jubeln ist es noch zu früh aber wir haben es fast geschafft zum Jubeln ist es noch zu früh ah halb halb bleib bleib stehen boah bist du nett danke mit paar Gelegenheit so hier sage ich mal wb Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Gebiet gesichtet. Feindlicher Panzer in eurem Einsatzgebiet. Achtung! Wir haben das Einsatzziel verloren. Ein feindlicher Scharfschütze wurde in eurem Operationsraum gesichtet. Rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor. Ich habe den feindlichen Sniper gesichtet. Ne, jetzt haben die schon wieder E, ey. Wir haben Sicht auf einen feindlichen Panzerjäger in eurem Gebiet zurück. Feindlicher Scharfschütze. Da stehen zwei so Flamms. Ich habe den feindlichen Sniper in eurem Gebiet gesichtet. Ne, 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 markieren tut er mich hier nicht. Das kommen wir nicht. Ins Haus. Wo bist du? Oh, wie die Raketen hier über meinem Kopf fliegen. Mal, wie der hässliche Penner immer guckt, dann wieder weg, ey, guckt. Achtung! Ich habe den Faden in eurem Gebiet gesichtet. Hat der jetzt halt die ganze Zeit gecampt, oder wie? Boah, ich fahre so ganz normal, gell? Ja. Und dann auf einmal sterbe ich von C4, ey. Boah. Ja, lol. Boah, ich will den Heli, ich will den Heli. Boah, das ist ja so schwer, Leute zu snappern. Boah. Okay, ich werde angefragt. Ah, da. Boah, verworst du den ganzen Tag gesnipet. Ah, da hinten. Oh, Gott. Feindlicher Sniperbeschuss in eurem Gebiet, over. In eurem Operationsgebiet wurde ein feindliches Fahrzeug entdeckt, over. Ach, die sind da oben auf dem Berg. Boah, die Scheiß-Zoblamm regen mich sowas mal auf. Vorsicht, ich habe einen feindlichen Scharfschütz gesichtet, over. Achtung, in eurem Gebiet wurde ein feindliches Fahrzeug gesichtet, over. Ah, Battle-Stift mit dem Heli. Feindliches Fahrzeug wurde in eurem Einsatzgebiet gesichtet, over. Achtung, alle Mann herhören. Wir kontrollieren jetzt alle Einsatzziele, wiederholen. Wir kontrollieren jetzt alle Einsatzziele, over. Achtung, Vorsicht, in eurem Operationssaum ist ein feindliches Fahrzeug, over. Boah, das ist halt Zeit. Ah, da war ich gerade einer aus dem Wagen. Good win win. So schlecht, ey. Die Runde war anstrengend, aber war gut. Ah, ja. Ich muss aber mal was essen. Ja, ich muss auf. Ja, die ganzen komischen Dinge, das kann man überspringen. Okay. Okay. Vielen Dank.